Ja, hallo liebe Leute, ich bin der Topps, ihr seid hier bei Free Fucking Indie Games und wir spielen Mr. Rescue. Ja, es sieht schon aus wie ein Feuerwehrmann und das sind wir auch. Wir müssen möglichst viele Leute aus einem brennenden Haus retten und die Feuerteufel darin zerstören, um einen guten Score zu bekommen. Wir fangen mal klein an, ich hab mal eben angespielt, ob's überhaupt geht. Das sind die Feuerteufel, die machen alles hier, die brennen alles an. Und das links, was so blau ist, ist meine Wasseranzeige, wenn ich zu viel Wasser sprühe, so wie jetzt, dann muss ich warten, bis es wieder auflädt. Nicht das coolste. Ach ja, und wenn ich Leute retten will, dann, wie immer, nehm ich die, schmeiß die aus dem Fenster, Rescue, kein Ding für die. So, hier, ich rette dich, keine Angst. Hier, komm her, hier, nein, du musst aus dem Fenster, hallo? 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 Da. So, genau. Ja, gehen wir mal schnell hoch, weil der liegt hier, oi, da oben ist viel Feuer. Das musste ich irgendwie eindämmen. Ich bin ja ein cooler Feuerwehrmann. Ich weiß auch nicht, ob es später im Spiel dann noch mehr Sachen gibt, wie, keine Ahnung, ne Axt. Mit der man, ja, ich weiß auch nicht, was man mit einer Axt so cool ist, machen könnte. Äh, ah, man kann auch oben schießen. Nice. Das ist cool. Äh, und das, also mein, mein, mein Anzug kann auch überhitzen, wenn ich in die Flammen gehe, so wie hier. Äh, wenn, äh, wenn ich das zu lange mache, dann sterbe ich einfach eiskalt. Oh, ich muss, äh, die Flammen da oben eindämmen. Hey, 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 hey Mein Anzug. Ja, habt ihr schon gesehen. Habe ich gespielt. Machen wir das gleich nochmal. Jetzt ohne hier. Wie beim Autorennen. So. Also geht das ja auch. Das wollte ich nicht. Ich kann die Typen auch in die Flammen schießen. Dann fangen die an. Ah, geht doch aus dem Mensa. So, anfangen. Dann fangen die auch an hier zu. Oh Gott. Nein. Zu brennen, ja. So, jetzt. Zweite Stockwerk. Ebene für Ebene muss ich retten. So. Hier ist nichts. Okay, okay. Ich weiß auch nicht, ob man, wenn man die Fenster jetzt kaputt macht, ja. Da kommt ja Luft rein, ob es das Feuer jetzt anfacht. Das wäre nämlich ganz cool. Aber hoch. Äh, so. Oh, hier, du böser Flammenmann. Jetzt auch. Komm, schmeißt das Ding um. Komm. Das packe ich doch jetzt. Aber hier sind fast keine Leute drin. Sind jetzt schon alle verbrannt, oder wie ist er? So, Feuer, Teufel, stirb. Äh, das weiß ich nicht. Was ist das eigentlich? Dann wird, ah, dann bekommt mein Suit weniger, 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 weniger Pizze. Aber was das darstellt soll, weiß ich jetzt nicht. Aber das läuft schon viel besser wie das letzte Mal. Gut, aber mich auch in die Flammen, um euch zu zeigen, dass es geht. Boah, okay, das war doof. Oh, das war echt doof. Jetzt muss ich mich beeilen. So, oh shit, oh shit. Ich verkack's wieder. Ich verkack's wieder. Ich verkack's. Ich verkack's. Geld, mehr, cool. Boah. Scheiße, Mann. Das war doof. Also, jedes Mal, wenn ich reinlaufe, ist das dumm. Okay, egal. Nochmal. Okay, Leute. Unten wird angezeigt. Eins, zwei, drei, vier, fünf Leute. Muss ich retten. So. Eins. Zwei. Zwei Leute gerettet. Scheiß. Wasser muss ich mal aufladen. Hallo. So. Geweckt, Feuerblödmann. Ah. Nicht in die Flammen. Nicht in die Flammen. Das ist böse. Für die Feuerwehrmänner unter euch. Die Feuermänner. Feuer. Feuerwehrleute unter euch. Wie das wahrscheinlich ziemlich doof aussehen. Guck mal. Das ist voll unrealistisch. Aber das. Ist ja auch nur ein Game, ja. Es ist ein kostenloses Game. Oh, da gehe ich lieber zu und nicht rein. Also, nicht rumhaten, Leute. Shit. Oh, lacht auf. Wieso brennt es jetzt da unten? Das ist doch. Das ist doch scheiße. Den Brandherd muss ich löschen. Dann muss ich da unten, sonst breit der sich wieder aus. So. So. Shit da unten ist schon ein bisschen wat. Komm. Ja. Ich bin der beste. So. Jetzt schnell nach oben und diesen Feuerteufel dann noch vernichten. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße, Mann. Hopp. Schnell. Geht mein Strahl unendlich weit? Also, bis er irgendwo andotzt? Oder? Das ist eine gute Frage. Ich brauche so eine Wasserbomben-Attacke oder irgendwas. Ich weiß ja auch nicht. Shit, Mann. Nein. Nein. Scheiße. Egal. Wir machen jetzt mal ein anderes Level. Wieder. Ich werde immer besser, ja. Wir machen jetzt mal eins mit 42 fucking... Was ist das denn? Dann ist es das. Damit ihr auch mal seht, was es hier so gibt. Was ist das denn? Ist es Rauch oder wat? Was soll das sein? Sieht aus wie so. Ups. Nein. Geh weg. Ja, ich hab's getötet. Was ist das denn? Ah. Jawohl. Der schießt. Ja, aber treib's halt. Alter. Was ist das denn, ey? Es gibt auch noch Bosse und so weiter. Nein. Nein. Geh weg. Geh weg. Ha. Opfert euch für mich. Sie will listen. Tut es. Egal. Du bist frei. Hier. Nein, jetzt. Du bist frei. Hier. Rescue. Oh, dich auch. Und ich rescue ich auch durchs Fenster. Dreimal Kombo. Ich bin der Wüste. Okay, das ist nicht so gut. Jetzt kannst du ja gar nicht schaffen, allein. Das ist ja. Nein. Das ist ja übermenschlich. Alter, da muss ja übelst der kranke Feuerwehrmann sein. 2500. Egal, wir machen nochmal ein gleiches. Wir machen nochmal das kleine. Das muss ich doch packen können. Also. Das ist, äh. Und ich muss die coolen Dinger da irgendwie mir sparen, dass ich die nicht immer gleich am Anfang einsammle. Ja. Das wäre ganz. So, achso. Ich muss euch ja retten. Hier. Nimm das. Und das. Oh, das brauche ich jetzt nicht. Aber dich nehme ich mit. Scheiße. Ups. Das wollte ich nicht. Frank! Auch wenn du rot da hast. Ich rette dich. Ja, danke Mama. Ich bin nicht deine Mama. Hier. Immer den Neger aus dem Fenster werfen. Äh. No, das ist ein please. So. Hier. Drei. Ah, keine Kombo. Oh, noch einer. Oh, ich kann so gut sehen, Leute. So, jetzt mach mal hier. Weg. Jetzt brennt es auch wieder. Äh. So, ich werde echt immer besser. Das ist alles nur Skill in dem Spiel. Alles. So. Mach egal. Auch wenn es da unten wieder brennt. Ich mach das hier jetzt erstmal. Oh, das breitet sich ganz schön aus. Oh Gott. Hoffentlich ist es nicht unten genauso wie hier. Das hat nicht viel gebracht, weil ich wieder in die Flammen rein bin. Nie in die offenen Flammen rein, Leute. Ich sollte nie in die... Äh. Weg. So. Peng. Äh. Ich spiel's da raus. Geht das auch mit Zeit eigentlich? Deswegen wo ein Timer? Nee. So. Ah, jetzt brennt es oben wieder. Äh. Das ist ein... Teufels... Kreis. Verdammte Scheiße. Nein. Das krieg ich niemals aus. Nein. Bin auf dem Anbau. So, jetzt nochmal hoch. Jetzt brennt es gleich wieder unten. Pass auf. Guck mal, erstmal das hier löschen. Ups. Das wollte ich nicht. So, jetzt ist hier noch irgendwas. Nein. Egal. Nächstes Stockwerk. So. Ist jetzt rum? Remember, collecting cool lands is essential for your survival. Press return to continue. Was hier los? Hier ist einfach nichts. Stockwerk. Ah. Ja, jetzt brauche ich echt diese coolen Dinge. Oh, Mann. Nein, 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 ich mach die Checkerboard, ich mach dieses cool denn. So, ja, ich bin der Beste. Ach, scheiß Fenster. Hier, Lady. Oh, hi, I hope you. Ah, ich hab's geschafft vom ersten Mal, ich mir der Beste. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Böse. Böse Flamme. Das Leben eines Feuerwehrmanns ist gar nicht so ein Müde, wie alle immer denken. So, hier, einmal im Jahr kommt ein Feuer und dann, hier, macht das andere Feuerwehrleute. Nee, so ist das nicht, wie ihr hier sehen könnt. Das geht hier um Highscores, ja. Die jagen nämlich die Achievements, die Achievement-Huren, die Feuerwehrleute. Was, Regeneration? So. Komm. Shit, Mann. Shit, Mann. Ah, nein, 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 genau dann ist eine Flamme gekommen, das war natürlich sehr blum. Your suit, overheated. Okay. You saved. Ja, longest combo 2. Total time, floors cleared 3. 8600 Punkte, das ist ja übel, das Doppelte. Jetzt nehmen wir OP-Shit. OP, okay, OP, reicht. End. Ja, Leute, aber das war's auch für diese Folge. Wenn ihr es wollt, äh, in der Beschreibung, in der Infobox, seht ihr den Download-Link. Ist natürlich alles kostenlos und legal. Das ist das Wichtigste. Und wenn ihr das Spiel super-mega-toll findet, ähm, könnt ihr ja den Entwicklern ein bisschen hier unter den Arm greifen und ein Goldbarren in die Eier, äh, in den Anus schieben. Ja, nicht in die Eier, das geht ja nicht. Aber bis dahin, ähm, hier, das, ne, das nächste Video kommt nächste Woche von Free Indie Games. Und ansonsten schaut auf unserem Kanal vorbei. Ja, gibt's wie immer die hier, sagt's mir, das Videoprogramm als Kanalbild. Dann wisst ihr wann, welches Video, warum, was kommt. Also, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss. 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 Bis zum nächsten Mal.